Mittwoch, der 10. Februar 2021. Es ist 18.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Mirjam Hanna. Hallo liebe Lottofreunde. Ja, morgen ist Weiberfastnacht. Normalerweise bin ich da immer ganz vorne mit dabei, aber dieses Jahr ist halt alles anders. Und so packe ich meine Pappnase brav wieder weg. Sonst fangen gleich alle Karnevalsfans an zu weinen und ich mit dazu und das wollen wir nicht. Wir können starten. Kugel und Ziehungsgeräte sind ordnungsgemäß kontrolliert. Alles ist einsatzbereit. Ich drücke Ihnen nun die Daumen und sage Ziehung frei. Was ein wunderschöner Anblick, oder? 14 Millionen. I love. 6 Millionen. Hello. Lotto 6 aus 49. Alle hopp. Sie merken, ich kann es nicht verbergen. Mein Herz gehört dem Karneval. Und so kommen wir zu Kugel Nummer 1. Und das ist die 21. Nein, also Grund zum Weinen gibt es wirklich nicht. Am Samstag war wieder niemand dabei, der die Jackpots geknackt hat. Gut für uns heute. 3 Millionen mehr zu bieten, dem Jackpot. Und hier ist Kugel Nummer 2. Und das ist die 32. Und auch im Spiel 77 läuft es. Da konnten wir auch eine Schippe draufpacken. 6 Millionen habe ich hier zu bieten. Und das mit höherer Gewinnwahrscheinlichkeit, nämlich 1 zu 10 Millionen. Kugel Nummer 3 ist parat. Und das ist die 27. Karneval unter Corona. Geht es überhaupt? Ich sag mal so, momentan tut es, glaube ich, einfach gut von zu Hause aus auch trotzdem ein bisschen zu feiern und einfach gute Stimmung zu verbreiten. Säktchen und Krapfen und Berliner gehen doch immer. Kugel Nummer 4 ist die 46. Ja gut, der Straßenkarneval, da wird es ein bisschen schwierig. Obwohl, der Kölner Rosenmontagsumzug gibt es. Das findet statt im Mini-Format. So süß. Maßstab 1 zu 3 mit Stockpuppen und Motivwagen. Ich kann es kaum erwarten. Kugel Nummer 5 ist die 19. So, eine noch. Dann sind unsere 6 Richtigen für heute komplett. Und wer weiß, vielleicht sind es ja heute Ihre 6 Richtigen. Das checken wir. Und hier ist die letzte und sechste. Und das ist die 5. So, hier sind jetzt erstmal alle 6 Karnevalskugeln parat. Was fehlt? Hier ist unsere Jäcke. Superzahlen, die ziehen wir jetzt. Ich drücke nochmal die Daumen und sage, Ziehung frei! Ja, ja, mal gucken, ob wir Grund zum Anstoßen haben heute. Im Jackpot habe ich zu bieten 14 Millionen bei Lotto, 6 aus 49 und 6 Millionen im Spiel 77. Mit dieser unserer wunderschönen Superzahl heute. Und das ist passenderweise die 6. So, dann gucken wir uns alle eben gezogenen Kugeln auf unserem Monitor gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49, 5, 19, 21, 27, 32, 46. Und die Superzahl ist die 6. Die Zahlen der Zusatz zu Lotterien werden ja bereits immer im Vorfeld der Live-Ziehung ermittelt. Und hier kommt auch schon die Zahlenreihe aus dem Spiel 77, 17, 18, 7, 6, 0. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6, 2, 0, 6, 0, 5, 2. Liebe Tipperinnen und Tipper, das war es schon wieder von uns. Alles zur heutigen Ziehung finden Sie wie gewohnt auf lotto.de. Und schauen Sie mal, die habe ich dem Chris sicherheitshalber gestern schon mal abgeschnitten. Wir sehen uns am Samstag wieder pünktlich um 19.25 Uhr. Und bis dahin machen Sie sich ein bisschen von zu Hause schön und feiern Sie ein bisschen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.